Sieben Transporter in weniger als 18 Minuten und eine Beute von fast 2 Millionen Euro. Ich will diese Bande, Leo. Sie werden sie bekommen. Hier muss künftig auch jemand hinter dem Schreibtisch sitzen. Ich hab an Sie gedacht. Danny Clare würde da aber gern sitzen. Clare will die Macht, das ist nicht dasselbe. Derjenige, der die Mistkerle zur Strecke bringt, wird König. Polizei, keine Bewegung! Erzähl mir irgendwas, Tony, über diese Bande, Leo. Ich erwischen, bevor die anderen sie kriegen. Ach, Frau Führer, ich kenn die Typen, die die Geldtransporter überfallen. Für die Info sollen sie mich decken. Ich werd dann die Jungs für einen Einsatz brauchen. Und woher hast du den Tipp? Lasst sie durch, wir warten, bis sie vom Gelände sind. Wo will der hin? Wir sollen doch warten. Was machst du da, Antworten? Hinter uns in Bullen. Wirf die Waffe weg, Arschloch! Du bist tot, du bleibst hier! Andy! Clare hat einen Fehler gemacht. Er muss bestraft werden. Clare Denis, Dienstnummer 628-049. Mir gibt ihr das Recht, mich so zu behandeln, Leo. Außer diesem Beruf hab ich nichts, verstehst du? Es sind zwei gewesen. Clare, meinen Mord gedeckt, Leo. Das scheint dir nicht klar zu sein. Wieso sagst du mir nie, was du tust? Ich will dich nicht verlieren. Was ist denn passiert? Leo, wer ist das? Auch wenn du ihn hinter Gitter bringst, werden deine Träume nicht wach. Was meinst du damit? Dass du ein toller Bulle sein wolltest, aber nie sein wirst. Nicht umdrehen. Was hätten sie an meiner Stelle getan? Tut mir leid, ich bin nicht sie. Tut mir leid, ich bin nicht sie.